moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft und da haben wir schon jetzt unseren wunderschönen rochen keine ahnung was ein mantarochen ist oder so wir haben hier vergessen wieder drauf zu packen wir brauchen nicht mehr so viel metall das heißt wir müssen uns mehr auf metall super begehen komplett andere richtung doch nicht ganz muss das auch mal mit audio ein bisschen machen dass die musik hier audio aus und zwischen musiktitel keine steht hier warum läuft dann keine musik gerade verstehe ich jetzt nicht essen und trinken haben wir jetzt erst mal genug geil wir werden fürs erste bisschen besser essen können und wir müssen dann will ich hier ja noch so eine spitze haben muss man schauen wie habe das geplant vom grundbau her beziehungsweise wir könnten aus nee woanders welche schon mal machen so und so muss hier spiegeln und dann so und so auch nee ich habe ihn gerade erst gebaut und müsste ich da kommen wieder fässer er ist soweit kommen dann können wir hoffentlich auch schon mal heiß dann haben wir hier schon mal so eine spitze das wird unsere vordere seite im boot in hamba ihn immer so schon mal mit wohl von dem brauchen wir ja nicht viel wir haben davon so viel schon meist ich die mal weg du bleib weg danke ich auch noch planke platz hin ja da sagen mal ein bisschen so hallo und doch weg geschmissen hoppla so geil wieder eine rübe und die schmeißen wir auch mal weg den kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr aber auf die insel will ich jetzt mal hin plastisch weiß auch nicht warum ich immer plastik dazu sage obwohl es kunststoff ist nein den kriegen wir nicht mehr ja doch haben wir noch gekriegt so dann brauchen wir noch mal nägel dann können wir hier auch noch mal verstärken und so und noch mal ein anker packen wir hier hin erst mal wenn wir da ansetzen andocken und zu schauen wir mal oh da haben wir jetzt geil wieder kokosnüsse ähm okay jetzt sonst keinen anderen weg hier hoch kommt hoch ich will da hoch so sind wir schon mal wieder hier den bauen wir ab geil noch mal mangos und blaublone wassermelone den wollen wir auch noch abholzen so das war es mit der axt können wir noch weiter hoch irgendwie der hat da uns noch nichts abgebissen gut da ist die kiste und ananas schwarze blume oh den müssen wir einmal aufmachen ich würde sagen mango essen wir auch nochmal malerei haben wir wieder bekommen nein das wollte ich jetzt nicht äh toll weg damit so ananas essen wir die jetzt zusammen schmeißen wir auch schon mal weg so äh ja genau die dinge auch weg weil wir haben wieder ein bisschen wird und stuff dann können wir hier nochmal mit dem machen brauchen wir einen bolzen bolzen brauchen wir dann nehmen wir erstmal den tauschen wir da kommt nicht runter nein 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 wieder hoch ich will den baum noch mitnehmen so was haben wir bekommen nochmal sammen aber die müssen voll gemacht werden ein blatt irgendwas hat mich ja auch noch weggeschmissen gehabt wahrscheinlich wieder palmblatt gehen wir nochmal hier aufs boot haben wir haben wir so stecken wir hier noch danke rein hier die damen machen wir machen wir zusammen dann brauchen wir hier noch nägel so was können wir eigentlich scharnier äh können wir nicht reinpacken was können wir hier noch hin wir können hier äh warte mal denchen machen oder ah da fehlt uns noch was aber okay das erste reicht das so wie das hier ist brauchen wir jetzt noch ein kleines bisschen mehr schrott wir werden gleich wieder attackiert wahrscheinlich vom hai schauen wir mal ob wir hier noch Metall kriegen hier auf der seite wahrscheinlich nicht ja da käme ich an der wichser so trink mal eben einen schluck lass den da vorbeiziehen und rein und den schrott nehmen wir auch noch mit ach nee weg ah wegs Viech das sieht aber interessant aus hier das sieht sehr interessant aus ich hoffe du bleibst da jetzt hängen schnell hoch schnell hoch keine Luft ich hoffe der bleibt da jetzt in der Höhle dass er da nicht mehr rauskommt rex hi ähm jo okay der hätte so oder so rausgekommen wahrscheinlich das ist jetzt hier interessant da geht es auch noch irgendwo hin weiter jetzt müssen wir schnell hoch und hoch so schmeißen wir den noch drauf und hier verstärken so dann haben wir die Ränder schon mal den essen wir können wir genau den hatten wir schon sehtank kann in Schmelze gegeben werden um sie zu glibber zu verwandeln in Kletterpflanzen glibber sehtank genau jetzt greift er mich wieder an das sieht er das sieht er ach Drecksviech der muss mich immer attackieren hier kommen wir nicht durch findet er nicht genug andere Fische oder so zum attackieren haben wir jetzt Seetank wenn wir einmal Seetank reinballern hier jo Flossen haben wir jetzt gelernt cool an den noch drauf entfernen wir den mal und bauen uns hier ok können wir noch nicht hin bauen kleines bisschen mehr in diese Richtung eher müssen wir abgereicht dann machen wir ah dann machen wir hier sobald der fertig ist machen wir auch nochmal im Innenbereich hier alles wir hätten auch die hier machen können fällt mir gerade so auf jetzt kein Plan äh kein Dings hier wie heißt das äh Plastik ja aber was Inseln angeht kommen wir gut voran finde ich unser Floß ist schon mal gesichert das soll eigentlich die Vorderseite sein aber ja sieht bisher noch nicht so aus muss doch nochmal schauen ähm wie ich das genau vorhabe hier die beiden hätte ich nicht machen sollen ja dann muss ich das jetzt mal anders verdammt das wäre jetzt echt dumm von mir meine Planung dann mache ich das mal jetzt so genau der kommt hier hin und äh hoppla das wollte ich genau der kommt hier hin das war jetzt echt schlau von mir Wochen aber genau so den greifst du nicht nochmal an jetzt sind wir hier aber nicht geschützt doch dann müssen wir hier nochmal drei machen genau okay ich weiß schon genau jetzt jetzt weiß ich wieder wie ich es genau haben wollte wir haben aber kein Metall mehr das heißt wir können den hier jetzt mal in den irgendwas hier reinschmeißen schauen wir mal was passiert kommt da jetzt wirklich so ein Glibber raus beziehungsweise der Glibber den ich haben will da kommen wir nicht ran da kommen aber zwei Truh komm ich will die Plastik haben wollen wir nicht kriegen wir den kriegen wir den der stimmt dran vorbei so den haben wir ah geil wieder eine Rübe den wollen wir jetzt auch noch kriegen nice den haben wir erwischt so können wieder Nägel Kletterpflanzen Glibber die müssen wir Seetag sammeln definitiv wir haben wir mal das Kupfer hier auch schon mal einschmelzen wir haben ja zehn Stück und packen stattdessen hier erst einmal den Ton hin ich hab keine Ahnung was das ist äh genau den wollen wir da rein und Planke sind wir an Fässern vorbeigekommen ne keine Fässer keine Fässer da kommen aber zwei und wir versuchen mal die alle hier mitzunehmen sauber beim ersten Versuch geklappt so den haben wir dann essen wir mal hier so eine Rübe oder blieben wir mal da hin und trinken und trinken ich hoffe die kriegen wir komm schon die haben wir erwischt und den da ja geil so erhoffe ich mir das auf geil so will ich es sehen Holz haben wir voll also zweimal voll und wieder eine neue Rübe tauschen wir hier mal um den packen wir auch mal da hin und haben wir jetzt einen Kupferbarren hier wollten wir Rübe platzieren ähm genau hier war eher nichts hier Kupferbarren hatten wir den schon erforscht den hatten wir schon erforscht ich frage mich jetzt wo bleibt die Musik nice ähm genau die wollen wir mal wegschmeißen brauchen wir nicht so viele haben wir sogar zu viele ja geil beide erwischt oder hinter ist eine rote Kiste die wollen wir haben den kriegen wir und nein kriegen wir nicht ab den kriegen wir jetzt dann müssen wir den dann noch irgendwie kriegen nein aber den haben wir immerhin und die rote Kiste wir haben wieder eine Kartoffel das heißt wir können jetzt wieder mal ordentlich was essen wir haben eine Rübe ich glaube die schnappen wir uns jetzt wir das schaffen ah geil ah da ist wieder eine Insel so den nehmen wir und packen den drauf Insel bedeutet meistens wieder Metall wie daraus auch Metall machen können können wir mal gleich schauen willst du wirklich mal ausprobieren so danke du zieh weiter er kann nur hier angreifen gleich ja den schaffen wir nicht ganz jetzt könnten wir den erschaffen ja den haben wir geschafft und den wieder zu viele Palmblätter ich weiß nicht was ich mir mit so vielen Palmblättern machen soll ich brauche wieder einen Anker äh da ist er den packen wir mal hier hin 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 da hin da hin Wasser dann schauen wir mal dass wir dass wir den können wir den da rein ne schade das wäre das wäre echt geil gewesen könnten wir die dann quasi äh rückwärts schmieden gelbe brume brauchen wir nicht melone umganggefühl ist ein bisschen geleert und wir schmeißen die dinger weg mit solchen damit dann können wir eben noch hier dann haben wir frei hier sind wieder ein Slot Samen können wir auch wegschmeißen wir haben wir können eigentlich mit dem Samen nichts anfangen aktuell können die ja noch nicht anpflanzen okay den können wir nicht dann würde ich sagen in der nächsten Folge gehen wir hier nochmal auf Tauchkurs sieht echt süß aus momentan noch das Boot ist das los aber die nächste Folge gehen wir nochmal auf Tauchkurs und ähm hinzu dass wir noch ein bisschen Metall kriegen damit wir hier die Ecke zumindest fertig machen können dass wir dann hier auch einmal von innen alles immer abgefüllt haben dass wir zur Not sollten wir mal für irgendwas irgendwelche Pläne haben dass wir innen drinne einmal abreißen müssen dass es von innen auch geschützt ist der Hai uns da nicht attackiert der hier genau der dieser kleine Wichser da ich bin's euer Max Deos und Ciao! 2 3 Sim 5 Ja 5 6 7 8 8 9 11 11 Untertitelung des ZDF, 2020